Wie gut waren eigentlich die Hajduk-Split-Fans beim Juve-League-Spiel gegen Borussia Dortmund? Nochmals möchten wir anmerken, dass über 16.000 Menschen sich dieses U19-Spiel angeschaut haben. Mehr als die Hälfte der Fans waren da für das Team von Hajduk-Split. Was ein Gefühl muss das sein, als 16-, 17-, 18-Jähriger im Ausland solche Momente miterleben zu dürfen. Einfach nur pure Gänsehaut.